Hallo zu einem neuen Video bei CSDN023 von mir, dem Lukas. Ich mache jetzt ein Tutorial auf Anfrage mit Camatasia Studio 7. Und zwar habe ich hier ein ganz kurzes Video aufgenommen, was insgesamt 13,1 Sekunden lang ist. Und ja, es geht darum, dass ich in einem Video mit der Registry aufräume, wenn man so einen Effekt drin hatte, dass ich geklickt habe, dass dann sozusagen in dem Bildschirm so eine Welle entstanden ist. Und ja, jetzt habe ich hier kurz das aufgenommen, wo ich ein bisschen rumgeklickt habe. Ich spiele es jetzt mal ab, da ist jetzt noch kein Effekt drauf. Wie man sieht, alles noch ganz normal. Und ja, jetzt wollen wir da mal den Effekt drauf packen. Dazu, ich mache es hier mal wieder ein bisschen kleiner, gehen wir auf Cursor-Effekte. Und jetzt können wir einen Markierungseffekt machen, ohne Markieren, Hervorheben, Vergrößern. Ich mache jetzt mal Markieren, das ist ja nur so ein gelber Kreis. Da kann man die Cursorgröße beliebig einstellen, wie man sieht. Dann Linksklick-Effekte kann man dann Ringe einstellen, dass wenn man klickt, dass dann so ein kleiner roter Ring entsteht. Oder Kette, Ringe, Kette, da. Das ist dann der Effekt, den ich bei dem Video verwendet hatte. Und dann noch Welle, das sähe dann so aus. Ich mache jetzt mal Kette, nehmen wir Aussage ein bisschen größer. Und ja, bei dem Restklick-Effekt kann man natürlich auch noch was einfügen, wenn man möchte. Und einen Klick-Sound-Effekt kann man auch noch einstellen. Lasse ich jetzt aber mal weg. Ja, hier unten in der Timeline sieht man dann auch hierbei so, hier sieht man jetzt hier Cursor und dann überall so orange-rote Pünktchen. Und ich mache jetzt mal, na, hier ist wieder groß, drücke jetzt einfach mal Play. Und man sieht, da entstehen dann immer so Wellen, jetzt. Und ja, das ist der ganze Trick an der Geschichte. Und ja, ich hoffe, ich konnte damit denjenigen Personen helfen. Und ich bin dann mal raus. Tschüss.